Liebe HCP-Fans, hallo, grüß dich, ich bin der Batzer von HC Bustertal. Am Samstag spielen wir gegen den EZ Bregenzer Wald und leider sind noch keine Zuschauer im Stadion zugelassen. Weshalb ich alle wieder ganz fest battle und aufrufe uns vor die Bildschirme und vor die Geräte zu verfolgen auf www.walcom.tv. Auf jeden Fall haben wir wieder am Start die Regie und die Produktion von Stefan Gedina und seinen Mitarbeitern und ich glaube, wir werden wieder recht viel Freude in die Wohnzimmer nach Hause bringen und natürlich sind wir alle heiß auf einen HCP-Sieg und dass wir ins Ball einmal wieder im Rhenstadion sehen. Danke! HCP